Wir sind ONU, wir entwickeln ein elektrisch angetriebenes Lastenfahrrad der besonderen Art. Ich bin einer der drei Gründer und CTO des Unternehmens. Wir brauchen für unser Lastenfahrrad einen leistungsstarken Akku, der uns genug Reichweite bietet und aber auch robust ist, im dauerhaften Einsatz zu überstehen. Da ist Cleanpack genau das Richtige für uns. Unser Fahrzeug ist vor allem für die Gewerbetreibenden wichtig. Deshalb wollen wir mit dem SWOBI Infrastruktursystem auch hier einen Vorteil schaffen. Kein Laden irgendwo mit Ladegeräten im City Hub, sondern direkt zum Automaten fahren, Akku tauschen und weiterfahren. Unsere Vision ist, das Leben in den Städten lebenswerter zu machen, indem wir durch Elektromobilität, aber auch durch neue Fahrzeugkonzepte die Mobilität effizienter gestalten. Vor allem auch platzeffizienter, geräuscharmer und natürlich auch umweltfreundlicher. Damit fangen wir an mit der ONU Cargo, mit dem ersten Fahrzeug. Und viele weitere sind im ONU Produktsystem geplant, um dieses Ziel zu erreichen.